Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich einen Vergleich und zwar das Tokafri Apartment versus Megafri Apartment. Zuerst mache ich euch eine kleine Tour vom Tokafri Apartment. Viel Spaß! So sieht das Tokafri Apartment aus. Gehen wir mal rein. Das erste Zimmer ist ein Badezimmer. Der zweite Raum ist eine Küche und dieser große Bereich hier ist ein Wohnzimmer und auch gleichzeitig ein Schlafzimmer. Und dann geht das Ganze hier über auf einen schönen Balkon mit vielen Pflanzen und der Stadt im Hintergrund. Und so sieht das Apartment aus, wenn es Nacht ist. Und jetzt sind wir in der Miga World. So sieht das übrigens aus. Und so sieht das Apartment aus. Gehen wir dort mal rein. Jetzt sind wir auch im Megafri Apartment drin. Der erste Raum ist genauso wie in Turka ein Badezimmer. Weiter geht's mit einer Art Wohnzimmer, wo aber auch ein Bett dabei ist. Da kann man sich auch hinlegen. Und dann gehen wir mal weiter in die Küche. So sieht die aus. Und hier geht es von der Küche aus an so eine Art Haustür. Hier ist auch ein schöner Eingang und da sieht man auch die Stadt als Hintergrund. So, jetzt habt ihr euch ungefähr einen groben Überblick über die beiden Häuser verschafft. Und jetzt vergleichen wir mal die Musik. Also so hört sich die Musik im Turka Buka Fui Apartment an. Und so hört sich die Musik im Megafri Apartment an. So, und jetzt vergleichen wir das Essen, was es in den beiden Häusern gibt. Das ist das Essen im Turka Fui Apartment. Es gibt ein bisschen Popcorn. Zum Trinken gibt es Zitronenlimonade. Mh, die schmeckt aber gut. Und dann gibt es noch einen kleinen Obstkorb. Und da drin ist eine Traube. Eine Ananas. Und das da. Ich glaube, das soll eine Erdbeere sein. Und außerdem gibt es noch leckeren Kuchen. So, und jetzt sind wir im Miga Apartment. Hier gibt es zwei leckere Muffins. Und dann gibt es hier noch ein kleines Milchpäckchen. Und ein Glas Wasser. Und das Glas Wasser kann man auch wieder auffüllen, zum Beispiel mit der Milch. Und außerdem gibt es noch solche zwei Packungen. Einmal Pfirsiche. Oh, wo sind die denn jetzt hin? Ah ja, hinter dem Kissen. Und dann gibt es noch Chips. Und jetzt vergleichen wir mal die Kleider, die es in den beiden Häusern gibt. Also im Tokafui Apartment gibt es hier so einen kleinen Schrank und dort sind ein paar Kleider drin. Die probiere ich mal für euch an. Hier ist einmal einfach nur eine blaue Hose und ein weißes T-Shirt. So sieht das aus. Und dann hier eine blaue Latzhose. Und das ist irgendein Anzug. Und dann gibt es hier zum Schluss noch einen Schlafanzug mit Wolken drauf. So sieht der aus. Und jetzt zeige ich euch die Kleider, die es im Megafui Apartment gibt. Also dafür gehen wir einmal hier nach oben. Denn dort hängen zwei Kleider an einer Stange. Einmal so eine Hose. Die ziehe ich mal kurz an. Und dann noch ein T-Shirt. Und so sieht das jetzt aus. So, und dann gibt es noch mehr Kleider und zwar im Bad. Hier ist das Handtuch. So sieht es aus. Und so kann man zum Beispiel duschen gehen. Und dann ziehe ich jetzt noch kurz den Bademantel an. So sieht der Bademantel aus. Dann gucken wir uns jetzt mal den Draußenbereich der beiden Häuser an. Also im T-Shirt Free Apartment ist es der Balkon. Und im Megafui Apartment ist es der Hauseingang. Starten wir mal wieder mit dem T-Shirt Free Apartment. Also, das ist der Balkon vom T-Shirt Free Apartment. Der gefällt mir sehr gut. Hier stehen viele Pflanzen herum. Und auch eine Tomatenpflanze. Dort kann man sogar die Tomaten pflücken. Oh, die Tomatenpflanze ist jetzt leider weg. Aber die wächst ja wieder nach. Hier sind ja auch noch Samen dafür. Jetzt habe ich neue Samen gepflanzt. Hier gibt es noch einen Grill. Den kann man sogar anmachen. Und eine Gießkanne. Da wachsen schon die neuen Tomatenpflanzen. Und schon ist sie wieder nachgewachsen. Hier gibt es noch eine Lichterkette. Die kann man auch an- und ausschalten. Und der Stadthintergrund gefällt mir auch sehr gut. Hier ist der Hauseingang vom Megafui Apartment. Der gefällt mir sehr gut. Die Häuser im Hintergrund sehen sehr schön aus. Und man kann sogar auf diese Treppe drauf gehen. Höher als diese Stufe geht es nicht. Vor der Tür hier stehen auch zwei Schuhe. Die ziehe ich mal kurz an. Hier gibt es noch einen Briefkasten. Und so einen Kasten, da kann man Milch reinmachen. Und übrigens, auf diese schwarzen Treppen hier oben kann man sogar auch drauf gehen. Zu guter Letzt gucken wir noch auf ein paar besondere Sachen, die es in den beiden Apartments gibt. Gucken wir mal zuerst im Tokafui Apartment. Also hier im Tokafui Apartment gibt es nicht so viele Besonderheiten. Aber man kann auf dem Sofa ein Bett ausklappen. Dann hat man hier oben ein Bett und noch ein zweites Bett. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Was ich auch cool finde, ist, dass man den Grill anmachen kann. Denn dann kann man dort zum Beispiel Fleisch braten. So, ich glaube, das Fleisch müsste jetzt fertig sein. Außerdem kommen sogar Fotos aus dem Fotoapparat direkt raus. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Denn dann kann man die Fotos, die da oben sind, auch austauschen. Zum Beispiel so. Im Megafui Apartment gibt es auch ein paar besondere Sachen. Zum Beispiel besteht diese Wand hier aus einem Aquarium. Und da sind Fische drin. Die kann man sogar rausnehmen. Und der Föhn funktioniert sogar wirklich. Schaut selbst. Die Haare bewegen sich, wenn man föhnt. Das geht bei Toka nicht. Und was ich auch super cool finde, ist, dass es hier AirPods gibt. Die kann man sogar in die Ohren machen. Und wusstet ihr, dass man auf dieser Pinnwand hier sogar was malen kann? Ich probiere es mal aus. Wow, das funktioniert ja wirklich. Und man kann hier sogar solche Vorhänge zuziehen. Und das bildet dann so eine Katze. So, das war es auch schon mit dem Video. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Tokafui Apartment oder das Megafui Apartment lieber mögt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.